Und Hallo! Oh Phenomeno! Wieder mal speichern. Ich hab automatisch speichern reingemacht. Da würde ich hier nicht ständig speichern, speichern, speichern. Das kann ja auch nicht jeder sehen, aber automatisch zieht ja auch jeder. Ist ja total egal. Aber ich hab Späßchen dran. Ich muss sagen, es macht richtig Fun. Was? Ähm, da geht noch was. Lerne neue Tricks und sammel Talent-Sense. Bald wirst du wieder gegen die Stars antreten. Super! Ja, jetzt können wir den ausrüsten. Wir nehmen... No, ja, logisch. Hab ja noch einen. Mal ein bisschen auf das Tempo drauf hier. Ich hab da genug Punkte. Oh, ich hab auch so viele Punkte. Äh, äh, ähm, Schuss auf jeden Fall. Ich brauch einen ordentlichen Schuss. Hau aber auch natürlich, weil der rennt noch nicht so richtig, wie er soll. Oh, ich nehme ja viele Punkte. Tricks natürlich. Tricks, tix, 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 tix. Dann machen wir mehr... Tricks brauch ich. Und ich mach so, mach ich so und... So. Machen wir so. Upgrade. Wöchst du wirklich 2598 Talent-Cents investieren? Natürlich würd ich das. Und jetzt hier fertig bist du mit der Verbesserung der Fähigkeiten deines Spielers fertig. Joa, sind wir. Wieder mal speichern. Ja, speichern ist ja damals der Playstation und Playstation 2 immer gewesen. Das sieht man ja bei der Playstation 3 nicht mehr, dass der Speicher kommt nur so ein kleines Symbol und fertig. Aber hier ist man halt noch live dabei. War es wieder relativ schnell und damit... Äh, ja. Ach, wir machen gleich hier weiter. Aber Aussehen, Trickbuch, Schuss in der Straßenwelt. Kickrunden. John, Amsterdam. Wer zuerst zwei Tore schießt, bekommt 200 TC. Ach so, Trick... 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 Trick-Sense war das wirklich bis gleich. Totti, Signatur-Moves, Gladiator. So, ich sp dwelling her, das gibt zuaő. Und das stimmt auch nicht. Die Detroit народ und jetzt schon ein paar muss am start los geht los dann los doch auf auf nein da hat es ein bisschen der steuerung kam mir ich bin zu lange so aber ich habe den spiel noch ja ich bin ja den auf dem ist ja klar ach schau weg da huch ich hab mir einen Mann ja fast weggedrempelt so ja nicht hier ne was ich hab da ausgespielt ich hab den noch ich hab den noch weg da noch hat den Ball und drin das Ding ach scheißen ach hey oh scheiße redner mach dir Toma ein bisschen trick mäßig zu schweb 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 nein das ist doof Toma schweb 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 ja ja schmerz muss sein schweb 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 verdammt schweb 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 und das Ding los jetzt hier. Ach, das gibt es nämlich. Das gibt es nicht. So, ich muss noch nicht zurück. Huch. Ach, zu dir hat er gespielt. Ah, okay. Noch ein bisschen anregen hier. So, komm schon, komm schon. Ganz abgespucht. Huch. Los, hau doch ein. Ah, shit. Oh, shit. Oh, knapp. Mach auf den Ball, wenn man nur brennt. Gamebreaker. Was? Shit. Ah, nein, nicht fast runter. Fuck. Wir haben den ersten Gamebreaker vor uns. Sorry, Leute. Ah, ha, ha, wir sind doch zu gut. Da kann man sehen, lang so ein Spiel doch von FIFA Street Held, ey. Was hast du, ne? Ach, der Thomas, wir sind doch alle ziemlich gut hier, muss ich sagen, also. Verdammt. Auf den Ball? Yes, noch auf den Ball. Ah, shit. Oh, der Torrellen. Ah, verdammt, das gibt's nicht. Es ist doch schwieriger als ich so. Oh nein, oh nein. Schnell das Ding reinhauen. Nein, verdammt. Ach, nein, jetzt könnte ich mich hier noch fertig machen. Das will ich aber nicht. Nein, scheiß mir. Ja, Tormann hat's gemacht. Da hätten wir den Ball so lange fest. Oh, yes. Boah, so, jetzt ein zuverlässigem Tormann hier bei mir, ne? Oh nein. Oh nein, oh nein, hu. Schwenker. Ach, mein Schmopp. Geh noch total an den Mann, ey, das ist die normal hier. Huch. So, und jetzt aber hier mal hoch. Mit der Schulter. Alter, das kann nur der Nob, hat das Nob gemacht, wie ist jetzt, weil ich hingeguckt, ich war halt so, nein, der Dings, ich hab auch keinen Namen stehen, ein Schimmel der Schulter, Pum, tja, unaufhaltbar, noch ein Tor, ey, hol auf den Ball, Huch, war ich das jetzt mal, ey, blöder Vogel, yeah, ausgetrickst, man, oh, mies, 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 kann ich auch mal hoch, oh, verdammt, Tor mal rüber, da rüber, und jetzt hier mal kurz alles getrickst, und drin, das Ding, jawoll, man, so, aber es doch gerne, und Pau, Nob hat's gemacht, ey, da, yeah, das Siegertor, der Tor liegt auf dem Boden, der hat doch ordentlich was abgehalten, du, in dem Spiel, yeah, 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 5 Minuten noch mal gebraucht, Wahnsinn, ey, ja, da haben wir ja Muratung Punkte bekommen, viertausend Nintendo, oh, da wird nochmal Strom zurückerklärt, keinrum Mal schnell gucken hier, äh, so schnell kann man auch wieder lesen, ne, ist ja ganz normal, Aia, aber es macht immer richtig Panzklar und Laune da stehen, muss ich schon sagen, also geil, geil, hm, ich steig extreme哎 wieder voll rein, dann, danned an, dann London einfach geschafft, wir werden mal schnell in das Hauptverkehrtwitsnicken, und die Fähigkeiten verbessern immer schön Fähigkeiten verbessern natürlich von North wir machen wieder Tempo rein und Schuss auf jeden Fall und Tricks wieder mal ein bisschen Abwehr, naja, können wir auch mal rein machen Power natürlich, Power aber auch immer und das war es schon wieder, meine Güte Upgrade, ja, will ich investieren, weiter wieder mal speichern wir machen ja nur speichern, speichern aber es muss ja weiter gehen, ne ich will hier alles sicher haben, dass wir auch immer schön einen leuchten Stand haben, ist ja logisch Speichern erfolgreich und Straßenwelt gleich hier und Kickrunden Amsterdam, jetzt wer zuerst mit 2 Toren führt, gewinnt Set 9 im Trickbuch und 200 TC aber mal ab nach Amsterdam